Die Wände ist die Basis für alle Manöver. Je nach Kuhstärke und Bootsgröße sollte die Wände mit zwei oder drei Vorschuttern gefahren werden. Wie hier im Video zu sehen ist, schmeißt einer der Vorschutter die alte Seite los und bleibt dann natürlich auch gleich auf der neuen Loofkante. Der zweite Vorschutter zieht die neue Schuh dicht und der dritte kurbelt und macht den Feintrennen. Alternativ kann man die Wände natürlich auch mit zwei Vorschuttern fahren.